Dieses ist der Vorstand mit Freunden und Geschäftsführer vom Blau-Weiß. Und wir meinen, dass wir uns auch aktiv einbringen sollen, um diese böse Krankheit ALS zu bekämpfen. Und dafür wollen wir spenden und das machen wir mit diesem, ja sagen wir mal, Klamaukauftritt. Wir freuen uns darauf und wir freuen uns auf die Eiskübel, die über uns jetzt gekippt werden. Und wir werden dann an die Stiftung ALS spenden. Sind wir alle bereit? Drei, zwei, eins, Wasser, Marsch!